Man muss ein bisschen akrobatisch sein, du stellst dich so auf die Wände und dann versuchst, in die Toilette rein zu pipi zu machen, aber du möchtest die Toilette nicht aufpassen, weil das ist so ekelhaft. Ich habe keine Zeit für den Scheiss, dass andere Leute über mich denken. So, mein Love, Rafa, die alte Trashback Queen, sie ist auf dem Klo und ihr habt mir Fragen auf Instagram wegen meiner Transidentität gestellt und ich werde euch jetzt die Fragen beantworten. Alright, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr wart kreativ. Würdest du wegen deiner Transidentität diskriminiert und wie hat dein Umfeld reagiert? In der Schule habe ich recht eine harte Zeit gehabt, vor allem als ich jünger war, weil ich war noch nicht so selbstbewusst wie jetzt. Am Anfang wusste ich auch selber mit mir nicht, was los war, aber sobald ich herausgefunden habe, dass ich eine Frau bin und einfach im falschen Körper stecke, ich habe einfach das zu jedem gesagt. Klar, es gab Leute, die mich deswegen diskriminiert haben, aber auf die Leute habe ich mich gar nicht konzentriert, weil schlussendlich, wir leben nur ein Leben und ich habe keine Zeit für den Scheiss, dass andere Leute über mich denken. Wie war die Pubertät für dich? Anstrengend, mühsam, spannend. Als ich 13, 14 war, alle meine Kolleginnen und Freundinnen und Freunde, sie haben halt Dates gehabt und sie haben angefangen Beziehungen zu haben und ich war einfach zwischendrin und ich wusste nicht mal, was mit mir los ist, weil ich habe erst mit 13, 14 herausgefunden oder realisiert, dass ich halt eine Frau bin, einfach im falschen Körper. Wie kann man Transpersonen unterstützen? Transpersonen kann man unterstützen, indem man einfach eine ganz normale Beziehung, Freundschaft weiterführt wie davor. Wie gesagt, die Person ändert sich nicht, die Seele ist immer die gleiche, nur das Äußerliche ändert sich. Man muss einfach zuhören, vielleicht eine Schulter zum Weinen geben und sonst, ich finde, körperliche Nähe und halt psychische Nähe ist eigentlich das Wichtigste. Was liebst du an Frau sein und was magst du nicht? Was ich an Frau sein liebe, ist Make-up, Schuhe, alles das, das gute Zeug, das Glitzer und so, auch wenn das nicht nur für Frauen ist, sondern ist für alle. Es wird nur so von der Gesellschaft empfunden und was ich nicht so mag, es gibt nur eine Sache und das ist, wenn du zum Beispiel in der Disco bist und die Toiletten super dreckig sind. Alright? Dann, jetzt ist, man muss ein bisschen akrobatisch sein, du stellst dich so auf die Wände und dann versuchst in die Toilette rein zu pipi zu machen, aber du möchtest die Toilette nicht aufpassen, weil das ist so ekelhaft. Hast du oft das Gefühl, dass Männer sich ein Fetisch aus dir machen? Wenn du dir die Sendung, das unten verlinkt ist, anguckst, wirst du sehen, dass ich dort schon diese Frage beantwortet habe. Alright. Wie gehst du mit dem Thema Kinderwunsch um? Ich geh mit dem Thema gar nicht um, weil erstens ich bin steril. Klar, ich könnte adoptieren, aber das Lustige ist, ich habe kein Bedürfnis und ich sage es immer, ich bin sehr ehrlich mit mir selber, ich bin sehr egoistisch. Ich wäre eine ganz angenehme Tante, eine ganz lustige Tante wäre ich, aber ich selber Kinder haben? Nöp. Wie wichtig ist für dich das Geschlechtsorgan für deine Identität? Das ist eine gute Frage. Ich wollte einfach eine Vagina haben, weil es besser für mich ausgesehen hätte und es sich besser anfühlt. Weil ich konnte auch mit meinem Teil davor gar nichts anfangen. Fühlt sich dein Orgasmus anders an als vorher? Zarek. Es fühlt sich gleich angenehm und angemessen wie vorher an. Ich würde jetzt sagen, es hat sich mit dem Verlänger das Ganze. Die Zeit einfach. Was für Tipps kannst du für Coming Out geben? Also, was ich sehr, sehr wichtig finde, erstens ist zu wissen, ist meine Familie homophob? Ist meine Familie stark gegen die LGBT-Community? Klar, man kann das nie genau sagen, aber wenn die Eltern keine Ahnung über Homosexualität reden oder so, man kann irgendwie rauspicken, ob sie das nicht gut finden, ob sie sogar einen Hass dagegen haben. Und da muss man immer aufpassen, wenn man das Gefühl hat, okay, meine Familie könnte gut darauf reagieren, dann würde ich probieren, aber wenn man eher denkt, dass sie etwas dagegen haben könnten, mein Tipp ist, den Hausarzt anrufen und mit dem Hausarzt ein Gespräch dann darüber haben. Und sagen, ich weiß nicht, wie ich das meiner Familie sagen soll und mit ihm oder mit dir dann einen Plan kreieren. Und ja. So, mein Laufs, das war der Q&A mit eurer Lieblings-Trash-Bag-Queen. Und bitte vergiss nicht, ein Like an dieses Video zu geben. Und wenn du noch Fragen hast, kommentiere das unten. Vielleicht Mama kommt nochmal vorbei und vielleicht beantworte ich dir sogar deine Fragen. Und ja, wir sehen uns ganz bald und Mama verpiss sich jetzt mal. Tschüss. Oh, das war Ghetto. Jetzt. Ciao. 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 Vielen Dank.